pokémon boxen krawalow was ist denn krawalow wo ist hier wir haben alle so wuffel wir haben halt hier eigentlich schon kampf beginnen das schaffen kleinen käfer 24 dann gehen wir komplett level 24 zum letzten ordnen das fände ich schon extrem geil ein geosalivor Das war's. so was ist das nicht nee es entwickelt sich übrigens auf level 25 auf level 24 cool dann hat sich zu einem extrem entwickelt alter wie geil extrem ok verunlicht nur 15 extrem oder das heuschrecken pokémon vom typ käfer und licht größer 1 meter gewicht 17,5 kilogramm macht es ernst so stellt es hier auf sein zuvor eingeklapptes beinpaar und schaltet in den showdown modus das so bezwingt es gegen den nu alter extremo somit ist extremo natürlich jetzt für uns gerade super spannendes pokémon weil es beim nächsten orden immens wichtig ist einfach der nächste orden da wir gar nicht laut sagen es ist ja bekannt dass das pflanze ist das heißt lextremo wird uns jetzt so heftigst in die karten rein spielen das nicht mehr feierlich so team 1 aktuell sieht so aus sehr schön alles auf 24 wuffels kravaloro rio lu warten dahinter na gut dann alter wie cool 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 willkommen in der stadt der kunst und der blumen sandwich zutaten kaffee nahmen nicht schlecht vielleicht erst in den restlichen shit verkaufen den er verkaufen kann bevor ich daheim marschier so was die im stück so so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 wie gesagt ich habe mich in letzter zeit in den letzten games so auf vogel eingeschossen alles ist möglich ein äußerst selten empfehlen kannst du den bruchstücke des teils von einem kampf besiegt und zu solchen törer stücken das heißt wir können später träger das zahlen mehr oder weniger dann so erstmal erschaffen danke tschüss das steht auch im mopex so ja 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 östliche zone 1 oh na wie in Frieden schön aber excuse me die Stadt ist der Hammer ja 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 was sache ist, wie wer ist da, keine ahnung wer das ist, leval ist mein name ich bin auch so schon, ich bin doch nicht gleich so misstrauisch, ich bin ein Kumpel von mal ich schüchte wie ihr, ne was, haha, ne, wir planen gerade wie wir gegen Team Star vorgehen, das ist kein Spiel, klar ich bin da recht, denn da habe ich noch eine Rechnung offen und ich wieder, oh Gott, oh Gott ich wollte ja eigentlich gar nicht hin okay ich bin da nicht hin ich bin da grassen ich bin da ich bin da Total, yo. Yo? Ja, das ist die rechte Klappe. What the fuck? Ja, nee, äh, ich wollte da nicht hin. Ich wollte da nicht hin und jetzt bin ich hier unten und denke mir so, Hilfe, ich wollte gar nicht sein. Ich war hier oben in schöner Sicherheit und nicht hier unten. Ja. Das kann warten. So. Tina, nachschauen, was hier noch schönes gibt. Wahrscheinlich nicht mehr so viel. Das ist schon ein großer Stützpunkt. Okay, zurück in den City. Okay. 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 Ich weiß nicht, was das vor mir ist. Okay. Wenn wir nachher kämpfen. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Was ist da hinten für ein komischer Spielplatz. Okay. 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 schaier. Ja längst. Ich habe mich. schwimm, ist es? Ich habe für win. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018